herzlichen willkommen allerdings muss ich dazu sagen ich war damals auch schon sehr langsam also pvp ist nicht so mein ding alles andere ist kein thema aber bei pvp habe ich immer verkackt aber ansonsten ist alles gut ja der spaß war auch dabei jeden 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 jedenfalls für mich so schau mal da ist das ich geschickt des todes geht erinnerst du dich an seine melodie seine grausige melodie kann unser sein schatten fest und schatten da war ich doch da habe ich doch schon angefangen fest und schatten sie nahmen mir mein Licht, ich nahm ihnen ihre Augen was muss ich denn machen kein schutz sie sollen unsere angst verstecken mit 13 50 das sollte ich eigentlich schaffen oder hoffe ich doch wenn ich wenn ich habe ich ein bisschen stress unsere waffen skill was ist das wie eine maus oder was oder was dir das ist die ist das was hast du da freigelegt wer ist das erschreckt euch mal nicht hauptsache ich schweiß mir nicht ein horrorfilme gucke ich auch nicht alleine damit meine frau keine angst haben brauch achtung an alle hüter letzte nacht entdeckten wir eine seismische störung auf dem mond innerhalb von stunden wimmelte es doch die bemerkst du dir ignoriert dass du das passiert vor schaden diese plage darf sich nicht weiter verbreiten und meine waffen was ich damit rumfummeln kann wir halten dass wir weggepackt mich bescheuert ich muss noch immer die wichtigsten sachen schreibe ich mir immer auf denke ich jeden fall ok strömt aus der festung auf dem eine stellung auf dem sichern was ich von euch kennen das doch lasst euch nicht von kothars gräuel einschüchtert was immer das ist ja meine lebe und das mein hammer kapunzelchen hier der macht alles weg so 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 unser freund zu sein ja das war kein so 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 trocken trocken trockenen hals die schar strömt aus dem portal da oben wir sollten es schließen so 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 Okay. Okay. Was ist das? Das war's. Aber eigentlich könnte ich doch nicht meine eigene Glaube, meine eigene Glaube-Skill, oder? Das war's. 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 Das war's.